Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und habt das Jahr 24 ordentlich schon genießen dürfen. Und ich habe es relativ ruhig machen lassen und bin auch vorher schon ins Bett gegangen. Ich habe es also aus dem Bett heraus, wie immer, dann das große Knallen. Das hat ja bei uns gefühlt durchgängig eigentlich vom 28. an durchgeknallt überall. Aber ich habe tatsächlich eben auch geschaut, meine zwei kleinsten Meerschweinchen war ja das erste Silvester, aber sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Zu Anfang fanden sie es noch so ein bisschen doof, dass da mal was geknallt hat, aber dann zum Schluss hin haben sie gedacht, ist okay, wenn ihr das so wollt, macht das einfach. Und ja, wie gesagt, ich habe es ganz entspannt gemacht und dadurch war das für mich dann auch in Ordnung. Und wir starten jetzt diesmal gleich mit einer Leinwand. Ihr habt schon gesehen, ich habe so ein paar Wellenlinien auf diese Leinwand für mich jetzt so ein bisschen als Orientierung gemalt. Ich habe sie jetzt nicht besonders auf irgendwas geachtet, sondern es musste für mich jetzt einfach passen, weil, ihr seht schon, ich habe dort unterschiedliche Pasten zusammengetragen, die ich gerne dafür nutzen wollte und habe nämlich einmal mit Beton, dann unterschiedliche Farben, die ich unglaublich schön übrigens finde und auch mit Strukturpaste und mit, wie nennt sich das, mir fällt es nicht ein, aber das eine, was ich euch vorher gezeigt hatte, das mit dem Eiseffekt oder Schneeeffekt, das habe ich tatsache dafür nicht genommen, weil es irgendwie dann doch für mich nicht ganz passte, also dementsprechend habe ich es dann also rausgenommen. Und, ach, das andere fällt mir ein, Facettenlack, oder passte. Ich finde den Facetten-Effekt ja unglaublich schön. Ihr werdet natürlich, wie immer bei mir, das Ergebnis dann auch sehen. Ich habe das Ganze alles ein bisschen schneller gemacht, damit es nicht ganz so lang ist, aber ich glaube, ihr seht trotzdem alles, es ist sonst nicht weiter wirklich geschnitten, weil ich einfach wie immer meinem Motto ja treu bleibe, ihr sollt sehen, was ich tue und nicht irgendwie dann denken, oh, da war ja jetzt ein Schnitt und plötzlich ist das schöne Ergebnis da oder so. Nein, das wird es auch bei mir in 2024 nicht geben, weil ich das halt für mich persönlich auch immer sehr wichtig finde, erstens, wenn ich es später nochmal schaue, was habe ich da eigentlich gemacht, wie habe ich es gemacht, dass ich dann halt auch sehe, wo war vielleicht ein Fehler und ähnlichen. Ich habe die ganzen Sachen mit so einer Art Spachtel mit aufgetragen, weil sich das für die Pasten ganz gut eignet. Wie gesagt, die Farben sind unglaublich schön, die sind von Viva Dekor. Und die anderen muss ich mal schauen. Ich habe ganz kurz geguckt, die sind da auch von Viva Dekor. Viva Dekor kenne ich, das gab es früher mal aus dem Verkaufsfernsehen, dort haben die auch immer gebastelt mal und fand die Firma sehr, sehr angenehm. Die haben sehr schöne Sachen auch und deswegen habe ich tatsache, als ich es bei dem großen A gesehen hatte, habe ich mir die Farben dann eben auch gekauft. In dem Set waren fünf Farben, hier nutze ich jetzt drei und trage die erstmal auf. Auch die Ränder immer nicht vergessen, wenn ihr da irgendwie was nachmachen wollt. Die Ränder sind relativ wichtig, einfach, weil es sonst einfach merkwürdig aussieht. Und wie gesagt, habe so das ganze Spachteln dann eben oben drauf gemacht. Während ich so ein bisschen spachtel, erzähle ich einfach wieder mal so ein bisschen und werde auch so ein bisschen mal schauen. Ich habe ja jetzt zwei Wochen mehr oder weniger mit Bastelvideos ausgesetzt und auch mit Musikvideos ausgesetzt. Ich hätte gerne ein Musikvideo gehabt, aber leider ist die Veranstaltung ausgefallen und dementsprechend war das natürlich sehr schade. Ich habe mich sehr darauf gefreut gehabt, aber vielleicht nächste Woche gehe ich zu einer Veranstaltung. Also vielleicht haben wir dann wieder ein frisches, neues Musikvideo auch. Aber mir tat die Pause in dem Sinne jetzt auch ganz gut. Aber ganz ohne Video seid ihr ja nicht geblieben. Nämlich habe ich noch zwei Quatschvideos gemacht, also wo ich einfach so ein bisschen erzählt habe, in zwei Teile aufgeteilt. Einmal in dem Bereich, mit dem ich hier auf dem YouTube-Kanal auch angefangen habe, nämlich mit der Musik. Habe dort so ein bisschen mein Ja nochmal Revue passieren lassen und dann auch das mit dem DIY beziehungsweise auch so ein bisschen allgemein. Und ich fand das ganz gut, dass man es nochmal so ein bisschen verabschiedet. Ich habe jetzt bei einer YouTuberin gesehen, da gibt es so ein Video, sie stellt sich immer wieder die gleichen Fragen jedes Jahr und guckt dann mal, was so ungefähr dann da rauskommt, wie sich vielleicht auch die ganzen Sachen verändert haben in ihrem Leben. Und hatte ich schon überlegt, ob ich das auch irgendwie mal anfange, da ich aber noch nicht ganz so wirklich das ausgearbeitet habe, wenn überhaupt erst nächstes Jahr machen. Und genau, aber ansonsten, ich freue mich auf ein neues Jahr. Ich freue mich, wenn wir größer werden. Ein paar, ich habe ja so das kurzfristig angesetzte Ziel von 700 Abonnenten, habe ich Gott sei Dank genau an Heiligabend erreicht. Ich freue mich mega. Also ich dachte irgendwie, oh wie schön, das ist ein so schönes Geschenk gewesen, wer auch immer der 700er gewesen ist. Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass da ein Heiligabend an das Geschenk unter meinem Weihnachtsbaum lag. Und ja, also dementsprechend. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir einfach weiter wachsen. Wenn wir da als Community vielleicht auch eine Möglichkeit bekommen, uns da einfach ein bisschen auszutauschen. Was kann man machen? Wie kann man es machen? Was kann man anders machen? Vielleicht habt ihr Fragen. Ihr braucht eine Verlinkung oder ähnliches. Das sagt mir dann gerne Bescheid. Und ich versuche da immer relativ zeitnah auch zu antworten. Natürlich, wenn man immer größer wird, immer mehr Nachrichten kommt, dann vielleicht immer ein bisschen verzögert. Aber so groß sind wir jetzt noch nicht. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich euch immer sehr zeitnah dann auch antworten kann. Und falls ihr, wie gesagt, so Ideen habt, die man so, was ich mal ausprobieren soll, weil ihr irgendwo das Gefühl habt, ihr habt es vielleicht nicht hinbekommen oder ihr würdet es gerne machen, traut euch das aber noch nicht zu, dann sagt mir gerne Bescheid und schreibt es mir in die Kommentare und ich versuche es dann auch natürlich umzusetzen. Und ja, ihr seht schon, ich habe jetzt die Betonfarbe. Ich fand die Betonfarbe, finde ich, auch mega. Also eigentlich finde ich alle Pasten sehr, sehr toll. Ich liebe es wirklich, überhaupt mit den Pasten sehr gerne zu arbeiten. Das hat immer so einen schönen Effekt dann auch. Und bei den Farben, das hat so einen ganz tollen, weichen, geschmeidigen Gefühl, wenn man mit der Farbe arbeitet. Und habe es überall nicht extrem große Muster jetzt reingemacht. Und da war das dann für mich eine wunderschöne Art, das Ganze dann so auch zu machen. Und ich mag das Ergebnis wirklich sehr. Ich liebe es. Würde es immer wieder so machen. Würde es auch mal mit, statt mit Wellenlinien vielleicht mit irgendwie anders, vielleicht auch mal mit im Kreis oder Ähnlichem. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ich habe es jetzt, wie gesagt, erst mal mit den Wellenlinien, weil ich einfach nochmal ein Gefühl für diese Pasten auch bekommen wollte. Vielleicht würde ich rückblickend das mit diesem Schnee-Effekt doch nochmal auf einer Leinwand probieren. Da kommt demnächst nochmal ein Video, da habe ich es auf Glas probiert. Auch das Ergebnis finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und dementsprechend habe ich gedacht, Mensch, vielleicht wäre es doch was auf der Leinwand gewesen. Oder ich hätte eine Kombi draus machen sollen. Irgendwie mit der Farbe, erst Farbe drunter und dann den Schnee-Effekt oben drauf. Aber gut, ist jetzt nicht gewesen. Aber das waren jetzt so meine Gedanken, ob man es nicht damit auch nochmal probiert. Ja. Ansonsten, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr einfach immer wieder mal schauen, ob ich ein paar Vlogs drehe. Je nachdem, wie es halt auch passt. Aktuell ist es halt immer noch sehr, sehr turbulent bei mir unter der Woche, weil es einfach immer sehr viel auf Arbeit noch zu tun gibt. Was aber eben auch hoffentlich jetzt demnächst ein bisschen entspannter wird. Bei uns hat eine neue Kollegin angefangen, beziehungsweise bei dem, wo ich den Part übernommen hatte, durch eine Vertretungssituation. Und jetzt ist jemand Neues gekommen und da bin ich jetzt schon fleißig beim Einarbeiten und hoffe da, das war dann ganz schnell, dass sie auch das Gefühl bekommt, ja, ich bin schon ein bisschen drin, ich kann ein paar Sachen alleine machen und dadurch ist das für mich erstmal auf jeden Fall eine Priorität. Mitte Januar, am 17. werde ich meine zwei kleinsten Meerschweinchen auch kastrieren gehen. Ich denke, das ist so, dass auch das Beste, der eine Kleine, der hat schon ordentlich gebrumselt und ist ja eine reine Männergruppe, das heißt, da kann jetzt zumindest schwangerschaftstechnisch nicht wirklich was passieren, aber ich möchte es trotzdem sehr gerne so machen. Beim letzten Mal hat es so auch sehr gut funktioniert und deswegen glaube ich daran, dass das gut klappt dann auch. Und die vertragen sich auch alle sehr gut. klar, die beiden Kleinen, die sind sehr wuselig. Der Große, der ist ein bisschen gemächlicher ja unterwegs, der hat ja nur auch schon seine Jährchen auf dem Buckel und denkt sich wahrscheinlich manchmal, Mensch, ihr Kleinen, macht doch mal bitte ein bisschen ruhiger. Und ja, also dementsprechend, aber wie gesagt, ich werde Vlogs auch wieder drehen, ich werde zusätzliche Videos schauen, was passiert so im Leben, dass ich euch das dann auch immer mal mitzeige. aber natürlich bleibe ich meinem Motto eben auch treu und mache meine Musikvideos da mit dazu und eben auch die Bastelvideos, die mir halt sehr am Herzen liegen, weil ich es einfach auch so gerne mache. Und ich bin ja auch wieder beim Gesangsunterricht und beim Keyboardunterricht. Vielleicht werde ich da auch mal immer so ein bisschen euch daran teilhaben lassen, wie meine Ergebnisse da so gerade sind. und ich bin ja immer nicht die Fleißigste, was das Üben angeht. Beim Keyboard ist dementsprechend der Fortschritt immer sehr, sehr langsam und aber für mich halt auch immer eine Möglichkeit, das Ganze, dass man nach dem Arbeitstag noch mal runterkommt, irgendwie was anderes macht und dadurch möchte ich eigentlich da auch nicht drauf verzichten, auf das Keyboard spielen und singen tue ich aktuell nur einmal in der Woche, einmal im Monat, was aber auch für mich vollkommen in Ordnung ist, dass das so ist, wie es ist und dadurch freue ich mich natürlich, wenn ich euch da auch mal wieder was zeigen kann. Ich bin keine begenadete Sängerin, was aber auch in Ordnung ist. Ich liebe es ja, dieses einfach ausprobieren und einfach mal die Stimme auch zu nutzen und ich weiß, dass da sich schon etliches getan hat seit, was ist das, Anfang 2019, glaube ich, war es gewesen, habe ich angefangen oder 18 sogar, war, glaube ich, 18 oder Ende 2017, ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht beschwören und seitdem mag ich es unglaublich gerne, ich liebe es, das einfach zu machen, ich habe eine unglaublich tolle, liebe, nette Gesangslehrerin ja damals gefunden und ich will sie nicht müssen, sie war ja eine Zeit lang in Elternzeit beziehungsweise hat sich da die Auszeit auch genommen und das war für mich ganz, ganz schwer, weil für mich das sehr, sehr wichtig war und ich keine Alternative leider gefunden habe und ja, also so sieht der Plan aktuell aus und ich dachte mir, ich begrüße euch mit einem wunderschönen DIY, wie gesagt, ich mag das Ergebnis unglaublich gerne und ich hoffe, ihr mögt es auch, falls ihr übrigens mal irgendwie was nachmacht und mir das, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich verlinkt, ich glaube, ich habe in der Infobox meinen Instagram-Namen auch schon mit drauf, schaut da gerne mal in die Infobox und da könnt ihr mich dann auf Instagram auch verlinken. Ich bin dort mittelmäßig aktiv, muss ich mal sagen, ich bin da nicht ganz so oft, dass ich da jetzt was hochlade. Manchmal, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, eben mein Video am Sonntag hochlade, aber das ist halt eher selten, sollte ich irgendwann mal mehr Follower haben, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, da ein bisschen mehr zu machen, aber aktuell ist es für mich noch keine Option, da jetzt extrem viel meiner aktuell noch sehr geringen Arbeitszeit da reinzustecken und ja, hier ist übrigens die normale Strukturpaste, ich glaube, ihr kennt die schon relativ gut, die habe ich ja schon mehrmals genutzt, die ich auch mega mag und für mich da auch sowas, ich glaube, ich würde viel, viel, viel mehr damit gerne machen wollen, ich würde mir die auch gerne noch ein bisschen mehr im Bund wünschen, dass man eben halt nicht drüber malen muss, sondern halt das Ganze eben bunt dann schon aufstreichen kann, gibt es bestimmt irgendwo schon, habe ich aber bisher noch nicht gesehen und wäre aber so eine Möglichkeit, die halt eine Chance wäre da, sich nochmal ganz anders auszutoben. Das Ganze hat übrigens für das ganze Bild habe ich nicht ganz so lange gebraucht, ich glaube, das Video selber ging, glaube ich, eine knappe halbe Stunde und das Ganze austrocknen, ich würde es mindestens einen Tag trocknen lassen, weil einfach nicht doch, weil man irgendwo vielleicht ein bisschen mehr drauf hatte, dass man dann irgendwie doch sich das Ganze zerstört, weil man irgendwie rankommt, ist aber jedem seins, wie gesagt, ich lasse es immer mindestens einen Tag trocknen, wobei ich ja aufgrund dessen, weil ich halt in der Regel meistens am Wochenende bastel, das Ganze dann erst am Folgewochenende halt dann dementsprechend nochmal genauer anschaue, trocknet es bei mir also wesentlich länger als eben irgendwie gedacht. Also solltet ihr nochmal schauen und ich glaube, bei vielen steht irgendwie, weiß ich nicht, dass nach zwölf Stunden das Ganze getrocknet ist, kann ich jetzt so nicht komplett bestätigen. Entweder liegt es wirklich daran, dass ich ja vielleicht ein bisschen mehr drauf hatte und dadurch das Ganze nicht ganz so schön dann schon durchgetrocknet war, aber ich hatte auch bisher keinen Zeitdruck, dass ich jetzt das sofort irgendwie haben wollte und dadurch bin ich da sehr entspannt. Ich habe jetzt hier übrigens diesen Facettenlack. Ich bin mir nicht sicher, ich hatte später überlegt, vielleicht hätte ich unten drunter noch eine Farbe machen können, weil wer noch nicht weiß, ungefähr was Facettenlack ist oder passte, das Ganze, wenn es jetzt trocknet, dann springen dort die ganzen alles so ein bisschen auf, als wenn so eine Farbe alt ist und dann so ein bisschen schon abbröselt. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ihr werdet es aber auf dem Ergebnis auch sehen. Ist dann gut zu erkennen, dass das dann halt, wie ich es eben gemeint habe, aber wie gesagt, ich finde diesen Effekt unglaublich schön. Ich hatte ja schon vor einer Weile mal so ein Video gemacht mit einer anderen Facettenpaste von Etta Art. Die fand ich auch nicht schlecht. Dort habe ich tatsache eben auch mit Farbe gemalt oder das Ganze gemacht und aber die fand ich jetzt an sich nicht schlecht. Erstens musste es, ich brauchte nicht zwingend so einen Untergrundlack. Ich habe wirklich nur diesen Facettenpaste genommen und mehr auch nicht und ihr seht schon, wie das hier so, wie gesagt, ich bin total fasziniert. Ich mag das irgendwie sehr, das Ergebnis. Ich spiele ja sehr gerne mit diesen unterschiedlichen Pasten und oder generell mit unterschiedlichen Materialien. Das ist für mich sowas Wunderschönes, wo so viel Abwechslung in einem Gebastelten dann drin ist und wie gesagt, dadurch und ich habe mich hier so ziemlich immer so ein bisschen in der gleichen Farbfamilie so ein bisschen gehalten bei den Farben und bei dem anderen ist es ja hauptsächlich in Weiß beziehungsweise der Beton sticht so ein bisschen hervor dieser Beton Effekt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall wunderschön. Ich zeige euch gleich noch das Ergebnis und ich hoffe, ich verabschiede mich nämlich schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das erste in 2024 und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche dann auch wieder und ganz viel Spaß und bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!